Wie man den wachsenden Sanierungsbedarf in Berlin finanzieren kann. Ein Vorschlag der Berliner Linksfraktion. Berlin ist toll. Es kommen viele Menschen neu in die Stadt, die Steuereinnahmen sprudeln. Aber Berlin bröckelt. Schulen, Brücken, Krankenhäuser. Der Sanierungsbedarf ist immens. Tendenz steigend. Für den Erhalt und den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur unserer Stadt müssen mittlerweile etwa 10 Milliarden Euro investiert werden. Ohne neue Schulden zu machen, ist diese Summe mit einer herkömmlichen Finanzierung aus dem Landeshaushalt jedoch nicht zu stemmen. Woher also nehmen, wenn nicht stehlen? Die regierende Koalition in Berlin geht das Problem bisher nur ungenügend an. Wir von der Linken haben ein Konzept entwickelt, mit dem der Investitionsstau nachhaltig abgebaut wird. Nehmen wir die Berliner Schulen. Hier wird der Sanierungsrückstand derzeit auf etwa 2 Milliarden Euro geschätzt. Um diesen aufzulösen, gründet Berlin eine neue, landeseigene Gesellschaft. Berlins Schulen gehen in das Eigentum dieser Gesellschaft über. Der Senat nimmt das Geld, das derzeit zur Schulsanierung zur Verfügung steht, und zahlt damit die Miete. Jetzt kümmert sich die Gesellschaft. Die kann ordentlich Geld mobilisieren. Sie nimmt für die erforderlichen 2 Milliarden Euro ein Annuitätendarlehen auf. Tilgung und Zinsen stehen da fest und werden aus den jährlichen Mietzahlungen für die Schulen refinanziert. Berlin bleibt von bösen Überraschungen bei der Zinsentwicklung verschont. Die Schulen werden zügig saniert und neue Schulden im Landeshaushalt werden nicht gemacht. Ein so gestaltetes Finanzierungsmodell taugt nicht nur für Berlins Schulen. Es ist auch auf andere Bereiche anwendbar. Die öffentliche Hand investiert, das kurbelt auch die Wirtschaft weiter an und Arbeitsplätze entstehen. So haben in Berlin dann alle was davon.